Also, probieren wir es. Ich möchte euch ein wenig erzählen. Ich möchte mich schrägeln. Die Jungen haben eine riesige Chance, uns zum Teil von Norden zu strukturierten Menschen wieder ein bisschen flexibilitätsfreies Denken und den Mut bitte zu geben. Und auch vor allem quer zu denken. Das vermisse ich in meiner Generation. Und auch mal eben eine Rolle durchbrechen. Und das würden die Jungen uns recht gut tun.